Und für Sie zu Hause sind es 10.000 Euro bei unserem Gewinnspiel, falls Ostern auch ein Loch in Ihre Kaffee gegriffen hat. 01379 200 200, das Stichwort lautet Geld. Wir sind gleich zurück mit der Entscheidung, welche Publikumskabine 2 dieser Koffer abräumt. 20.000 Euro. Bis gleich, das Finale. Wir verlosen 10.000 Euro bereits heute Abend. Wählen Sie 01379 200 200 und nennen das Kennwort Geld. Oder eine SMS mit Geld an die 44644. Online-Teilnahme auf Finario. Den 10.000 Euro Gewinner ziehen wir schon am Ende der Show. 01379 200 200. Explodierende Steuerausgaben. Und damit ist jetzt Schluss. Jetzt ist Steuermann in der City. Eine neue Folge Mario Barth deckt auf. Mittwoch, 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Nummer 1 der Bundesliga im Hammer-Duell gegen die Hammers. Das Viertelfinale live. Bayer Leverkusen gegen West Ham United. Donnerstag ab 20.45 Uhr live bei RTL. Und Klopp mit Liverpool gegen Dagamo sowie alle weiteren Spiele live und in der Konferenz streamen. Auf RTL Plus. Wissen Sie, wer keine Ahnung hat? Fragen kostet auf diesem Stuhl nichts. Ist das denn auch Ihr Verdacht? Die Frage ist auch unzulässig. Aber wem die Antwort verwehrt bleibt. Ich habe eine Idee, aber ich bin mir absolut negativ. Sag, 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 schnell. Nein. Den kommt es teuer zu stehen. Ich habe eine Idee, aber die sage ich nicht. Eine neue Folge Wer wird Millionär? Montag, 20.15 Uhr. Und streamen auf RTL Plus. RTL Event Kino mit einer exklusiven Free-TV Premiere. Zwei Worte am Anteni. Geschüttelt, nicht verrührt. Sie sind also nicht tot. Hallo Q, ich habe Sie auch vermisst. Daniel Cricks ethisches Bond-Finale bei RTL. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Das ist er. Du weißt nicht, worum es geht. Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird es dein Tod sein. James Bond. Keine Zeit zu sterben. Morgen, 20.15 Uhr. Hier kommt unser letzter Aufruf für Ihre 10.000 Euro Chance. 01379 200 200. Der Gewinner wird bald gezogen. Jetzt bei Make Love Fake Love. Wir machen jetzt. James muss die Villa verlassen. Die sind winderprobt und von dem, was drin ist, können Sie so viele Picknicken machen, wie Sie möchten. 20.000 Euro oder sich einfach neue Terrassenmöbel kaufen oder was Sie so für den Balkon brauchen. 01379 200 200, das Stichwort lautet Geld. Ihnen viel Glück und wir sind gleich zurück mit der großen Frage, welche Tribüne gewinnt heute Abend ebenfalls 20.000 Euro. Wir haben heute verdoppelt auf 20.000 Euro Gewinnsumme. Wählen Sie 01379 200 200 und nennen das Kennwort Geld. Oder eine SMS mit Geld an die 44644. Online-Teilnahme auf Inario. Den 20.000 Euro Gewinner ziehen wir schon am Ende der Show. 01379 200 200. Eure Nachbarn lieben Death Metal? Keine Sorge, in 90 Minuten ist unsere Technik bei euch. Mit unserer neuen Sofortlieferung. Erlebt, was geht. Jetzt nur bei Mediamarkt und Saturn. Das Riesengeschäft mit den Fake-Produkten. Mädels, ich muss euch was zeigen. Ich liebe sie. Doch wie gut sind die Kopien wirklich? Und mache ich mich beim Kauf strafbar? Extra, Dienstag 22.35 Uhr. Ich liebe sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und danach West Ham United gegen Bayern 04 Leverkusen in der UEFA Europa League Das gab es so noch nie. Regelbruch bei Wer wird Millionär? Ah, machen wir. Nehmen wir. Nein. Nein. Ach, ich weiß es nicht. Ähm, es wurde aus dem Publikum herausgerufen. Ich hab's gar nicht gehört. Doch, doch, doch. Hinter Ihnen sehr laut. Und zwar Nein. Das hat Konsequenzen. Eine neue Folge Wer wird Millionär? Montag, 20.15 Uhr und streamen auf RTL Plus. RTL Event Kino Was ist das? Es beschreibt den exakten Standort von Kalamans Grab. Helfen Sie mir bei der Suche nach der Krone des Feuers. Sie schreibt Liebesromane. Es ist der Beginn vom größten Abenteuer ihres Lebens. Jetzt wird sie Teil ihrer eigenen Geschichte. Warum sehen Sie so gut aus? Mein Dead One Filmster. Alan? Ich rette sie. Die Free-TV-Premiere. Wieso hängen die mir alle am Hintern? The Lost City. Morgen, 20.15 Uhr. Jetzt geht es in unserer Show weiter. Und Sie können immer noch am Gewinnspiel teilnehmen. Es geht um 20.000 Euro. 01379 200 200. Willkommen zurück live bei AFL, denn Sie wissen nicht, was passiert. Schauen Sie, was wir heute Abend schon alles gemacht haben. Bienchen und Blümchen, unser erstes Spiel. Das Flower Power Race. Heute Abend Gianna Ina Zarella, die hier Ralf Schmitz, ihrem Spielfahrt, etwas zu riechen geben sollte. Und Barbara Schöneberger gemeinsam mit Günther Jauch. Und wir haben einen Spielstand von 5 zu 4. Thomas Totscheik führt durch den heutigen Abend. Wir kommen also in Richtung Finale spielen, aber vorher noch zwei Spiele. Ein Geldkoffer und noch einer, jeweils 10.000 Euro. Das heißt, wir haben diesmal verdoppelt auf insgesamt 20. 01379 200 200. Das Kennwort lautet Geld. Sie brauchen nur ein bisschen Glück. Und wir sind gleich zurück mit dem großen Finale. Und da geht es dann auch noch mal um diese 20.000 Euro für eine unserer beiden Publikumsregionen. Bis gleich. Wir haben heute verdoppelt auf 20.000 Euro Gewinnsumme. Wählen Sie 01379 200 200 und nennen wir das Kennwort Geld. Oder eine SMS mit Geld an die 44644. Online-Teilnahme auf Inario. Den 20.000 Euro Gewinner ziehen wir schon am Ende der Show. 01379 200 200. Bayer-Wahnsinn in Europa. Das Viertelfinal-Rückspiel live. West Ham gegen Bayer Leverkusen. Donnerstag live bei RTL. Und alle weiteren Spiele live streamen auf RTL+. Das Viertelfinal-Rückspiel live. 01379 200. 01379 200. ARD Text im Auftrag von Funk Das beste Leverkusen aller Zeiten. Ist die Werks-Elf noch zu stoppen? Das Viertelfinal-Rückspiel live. Das nächste Kapitel der irren Erfolgsserie. Superball! Das gibt's noch nicht! Kann die Alonso-Elf auch im London-Stadion bestehen? Hier wackeln die Wände! West Ham United gegen Bayer Leverkusen. Donnerstag ab 20.45 Uhr live bei RTL. Außerdem Kloppos Endspurt mit Liverpool. Verabschiedet sich die deutsche Trainerlegende mit einem internationalen Titel? Bergamo gegen Liverpool sowie alle weiteren Spiele live und in der Konferenz streamen auf RTL+. Das ist aber, was ich nicht verstehe, Polnisch. Aber das interessiert auch keinen. Uns interessiert, was mit den Steuern passiert. Die Millionen, sie werden verbrannt. Alle Steuern vom Bund und vom Land. Irrsinnige Steuergeldverschwendungen und prominente Spürnasen. Andrea Giebel und Ingo Appel. Hallo! Ilka Bessin und Mike Krüger. Eine neue Folge Mario Barth deckt auf. Mittwoch, 20.15 Uhr. Und streamen auf RTL+. RTL+. Hier kommt unser letzter Aufruf für Ihre 20.000 Euro Chance. 01379 200 200. Der Gewinner wird bald gezogen. Willkommen zurück live bei RTL. Denn wir wissen nicht, was passiert. Wir sind kurz davor, dass es entscheidet, welche Publikumstribüne 20.000 Euro abräumt. Entweder die von Barbara Schöneberger und Günter Jauch oder die ihrer prominenten Gegner Gianna Inazarella und Ralf Schmidt. Die Stimmung ist gut. Die Entscheidung fällt jetzt mit Moderator Thomas Gottschalk. Das macht noch einmal wusch, wusch, wusch. Und dann sind wir im großen Finale. Das große Finale. Deine Dummheit strengt an. Ja, wenn du das nicht bemerkst. Wirklich, weißt du das? Südafrika. Traumhaftes Terral temporär zu Wiederernährung prominent getrennter Art. 3. Liedkönig. Liedkönig. Bis zum nächsten Mal.